So, hallo, da sind wir wieder. Ich habe jetzt erstmal eine Aufnahmepause gemacht. Ich muss erstmal überlegen, was wollte ich jetzt eigentlich tun? Ich glaube, wir haben ja groß aufmunitioniert und Scharfschützengewehr. Alles klar, ich glaube, wir sollten da jetzt irgendeine Barrikade wegräumen. Aber schauen wir doch mal. Die Barrikade, genau. Aber ich würde jetzt erstmal hier zur Raffinesse. Mal gucken, den DLC weiterverfolgen. Mal gucken. Was haben wir denn hier ausgerüstet? Da haben wir die Solar, die MK, 4 haben wir die Woman. Okay. Die Waren hat jetzt eigentlich noch. Das wird nicht. Okay, jetzt ausgerusten. Okay. Das wollte ich jetzt ja nicht, aber dann gehen wir mal. Dann haben wir jetzt ja einen eigenen Buggy, stimmt ja. Voila, die Warte. Da hat immer noch kein G-Pit angeschlossen. Von daher ist das relativ... Oh, der Sound ist immer noch nicht besser geworden hier. Oh, der Sound, ja. Oh, der Sound. Oh, okay, den Buggy noch vergessen. Alter, ich muss euch mit dem Bad fahren, das nix tun haben. Wenn es die 25 Stück geht, dann ist das zu auffällig. Da sind wir mal jetzt verschwankt. Ich bin da raus und wieder vor. Ja, dann wollen wir ein bisschen kurz in den Ecken schauen. Ich dachte, wir raus hatten über See, aber das sieht erstmal nicht so aus. Gasflasche. Es ist mein bester Freund. Ich liebe dich auch. Heute Abend nehmen wir den Kiefer raus. Wir brauchen nicht so viel Werkzeug. Es war zu viel Blut. Er sagt, es wäre ihm egal. Dann setz ihn die Zähne wieder ein und frag ihn. Es ist kalt hier. Mach was! Es ist kalt hier. Mach was! Feuer! Jetzt wird's abrannt! Feuer! Findet alles! Es wird's nicht der Wettbewerb. Es war jetzt ja nicht so... Schnappt es! Es hat sich diesen Typ beeinfeldet. Ich dachte schon, es wäre hier. Verrückte uns! Ah, so gut, wo bleibe ich denn hier hin? Ah, so gut, wo bleibe ich denn hier hin? Ah, so gut, wo bleibe ich denn hier hin? Ich weiß nicht Der Feuer ist ja ein bisschen unüberlicht Uiuiui Ach, der war auch einer Okidoki, der Feuer ist ein bisschen unüberlicht Ich dachte, da haben wir uns jetzt noch Leute Ich stehe bei der benötigten richtigen Angriffswinkel Was? Oh Oh Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So, da muss ich mal gut sein, hier. Meine Fresse, uch. Klappe halten. Da oben kommen wir ja wieder hin. Und zurück. Na ja gut, den Eck ist nicht gesehen, hier auf den fetten. Die Gasbuddel stand nicht umsonst da. Und dann noch ein bisschen vorsichtiger vorgehen, ja. So, wo geht's denn jetzt weiter? Wo geht's denn? Da oben sind wir. Da oben sind wir. Da oben sind wir. Wir töten ja mal die Sniper aus, wenn wir nirgweißen. Da oben sind wir. Und dann müssen wir... Ausrasten. Okay. Ein Unreiner! Das war schon mal nicht schlecht. Es legt mich rein! Wir sehen es. Ich! Da ist es! Alte. Schöne. Oh! Was ist denn das für ein Hobby? Ich kann gar nicht gerne auf YouTube Das ist ein Hobby-Obvious Alles an, der Sie an, der es an, der sich 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 an. Wir gehen jetzt an, der sich an und die sich an. Was ist das? Verbrennt es! Wir sehen es! Was ist denn jetzt so doof? Ah, bleibt doch nicht dabei! Okay! Okay! Wir sehen es! Wir sehen es! Wir sehen es! Wir sehen uns im Gehen! Das ist ein Junge! Oh, das ist ein Junge! Das ist ein Junge! Das ist ein Junge! Ich bin ein Junge! Alle tanzen! Wir sehen es! Weiter! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tata fair, hätten sie mal die hier brauchen können. Second change Vogelhäuser Sieht auch wie eine volle aus Falsch Hört ihr? Es ist unter uns Sieht auch Sieht auch Sieht auch Sieht auch Ja, da war noch jemand hier. Kann ja auch noch was wir in den hier. Füllen Sie es an! Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.